Komm, mein rotes Pferd! Marsch, Marsch! Ach, Löwen! Ah, gleich da. Akropolis von Katar, ja. Mann, 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 hätte ich... Hätte ich das ge... Wo ist denn, wo ist denn der komische Typ hier? Hätte ich das gewusst, ne? Hätte ich meine ganzen... ...Kohlendinger gespart. Ah, da ist er noch. Oh, der könnte heftig werden. Ja, es ist der Maurer. Alter! Wir probieren es trotzdem, aber ich glaube, der ist ein bisschen zu heftig. Ich hau lieber ab, ey. Ganz ehrlich, ich hau da lieber ab. Der ist mir dann doch eine Nummer zu hart. Oh, wir sind gleich da. Noch 300 Meter. Knurr... Knurr... Höh... 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 Höhle. Ella. Schöner Strand. Okay, sie... Noch... Komm, 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 komm. Da unten. Alter, geht das tief hier runter. Alter, geht das tief hier runter. Das war's schon. Das war ja schnell. Okay. Okay, dann mal aufwärts. Und zwar... Ich sagte aufwärts. Na? Komm, bisschen flotter. Ah. Ah. Schau an. Na? Hallo, bleib hier. Ey, bleib hier. Bleib doch hier. Hallo. Scheiße, hau doch nicht ab, ey. Das ist jetzt wohl mehr als uncool. Ey, soll ich jetzt hier hinterher schwimmen, oder wat? Ah. Da sind wir jetzt wirklich mehr als uncool immer. Das kann's ja wohl nicht sein jetzt, oder? Nicht abhauen. Hallo. Jetzt hauen die ab, ey. Das gibt's doch nicht. Das ist mehr als uncool jetzt, ganz ehrlich. Na. Wird von zweien angegriffen, oder was? Ey, was soll ich denn das machen? Mal ganz ehrlich. Das ist ja echt ein bisschen assi jetzt gemacht. Weil die hauen ja immer mehr ab hier. 280 Meter. Das ist jetzt echt ein bisschen doof. Das hier. Rot in Trümmern. Ah. Können wir eventuell unser Schiff holen? Sieht grad nicht danach aus. Wo ist denn eigentlich unser Schiff? Mal ne Frage. Schiffsstock. Kapsunauern. Da oben ist unser Schiff. Ja. Okay. Wir versuchen da hinzukommen. Naja. Und nicht einfach mal mein Schiff rufen. Das ist ja das nächste Problem. Ah. Das ist doch scheiße. Ganz ehrlich. Das ist doch mal mega kacke jetzt. Wo soll ich denn da rankommen? Guckt euch das mal an. 300 Meter. Jetzt ist mal gut hier. Guckt euch das mal an. Ja. Das ist ja echt mal. Richtig blöd gemacht jetzt. Sorry wenn ich das sage. Aber das kann es ja echt. Kann es ja echt grad nicht sein. Ich kann doch nicht einfach jetzt mal. 400 Meter noch schwimmen. Wir werden immer mehr. Wir hauen immer weiter ab. Das gibt es gar nicht. Ich hole mir gleich echt mein Schiff hierher. Ganz ehrlich. Das ist ja besser wenn ich das mit meinem Schiff mache. Machen wir jetzt auch. Ja. Mach doch Segel bereit. Gib den Kurs vor Kapitän. Ja. Raus hier. Los. Drehen. 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 Diese Gewässer erfordern äußerste Vorsicht Kapitän. So. Vollspeed voraus. Ich glaube wir haben wirklich mehr Chancen mit dem Schiff da ranzukommen als so. Weil so ist er echt. Und dann müssen wir zurück zur Insel. Segel einholen. Erfüllt das Tempel. Raus im Weg. Wir haben Treibgut entdeckt. Wir haben Verlöter. Scheiße aufs Treibgut. Wir haben Verlöter. Wir haben Verlöter. Na los. Na los. Na los. Na los. Mein Freund. Du bist ein Geschenk von Poseidon persönlich. Ich tue mein Bestes. Ich brauche jetzt wirklich das Artefakt. Erst die Bezahlung. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Okay. Sehr lustig. Und jetzt bezahlen. Ich bin es, die zuletzt lacht. Es ist mein Beruf, dumme Söldlinge zu hintergehen. Dafür bin ich nicht mit Heim geschwommen. Das war dein Fehler. Nicht meiner. Vergiss es. Ich töte dich für diese Zeitverschwendung. Du hast keine Chance. Schaltet ihn aus. Ah ja. Alles klar. Oh, sorry. Du willst es so, du kriegst es so. Schon mal Level 17? Da machen sie denken raus. Oh shit. Beat es. Ja, ich spreche. Höch. Oh. Du hintergehst mich nicht. Sorry, wenn ich das sage, aber du hintergehst mich nicht. So. Ich glaube... Versenkt es. Brenn. Die müssen erst in Reichweite... Hallos. Aber du nicht. Glaube Spinne. Können wir noch irgendwas einsammeln? Ich hoffe doch mal. Okay. Na gut. Das ist anscheinend nicht... Questis. Ähm... Rot in Tummern. Finde und beschaffe die Miltos-Ladung. Okay. Dann machen wir das mal. Na dann los. Saß'n du davor. Sollen wir das Treibgut merken, Kapitän? Ja klar. Nehmen wir mit. 800 Meter ist ja kein Problem. Level 17 mittlerweile. Das läuft. Das läuft. Kommt, schneller. Da. Ja. Okay. Klagehöhle. Ja. Ich glaube, hier sind wir richtig. Wo kommst du denn her? Ja. Jetzt mal auf dem Puffer. Ja. Das geht mir echt auf Eier. Also diese ganzen Sägefechte, die nerven ein bisschen. Was denn? Muss ich ehrlich mal sagen. Ah, zack. Bumm. Oh, das war das. Oh, das war das. Oh, kein Problem. Jetzt haben wir sie! Macht euch vielleicht! Was ist denn hier los mit euch, ey? Oh, kein Treffer! Was ist denn hier los mit euch, ey? Was ist denn hier los mit euch, ey? Ja! Ja. Und dann kann man es nochmal mit euch kommen. Oh, Nervenkarl jetzt. Schau mal. Dann machen wir dich auch weg. Jetzt geht mir langsam echt auf Bruch. Nächstes Schiff. Haben wir es jetzt? Darf ich jetzt endlich zu meinem Ziel? Danke. Mann, Mann, Mann. Oh, noch einer, oder was? Na los. Ah. Lass mich in Frieden. Ich habe das Gefühl, dass dies nicht aus der letzten Tempo gewesen sein wird. Lass die Rudel auf den Kassel, Kapitän. Sie sitzen fest. Müssen wir mal gucken, wo das Ganze sein soll. Dass das Ding unter Wasser liegt oder sowas. Ich denke mich lieber. Ich denke mich lieber. Ich denke mich lieber. Mhm. Ah, komm, stirb. Okay. Okay. Verschollen und gerettet, das ist das. Das will ich aber nicht. Ich glaube, es ist unter Wasser. Mal wieder. Ich bin schade. Ich bin schade. Okay. Ah, Miltus. Das haben wir schon. Okay, einmal. Scheiß Viecher. Ah, das nächste. Nochmal. Ah, die Hälfte haben wir. Okay, noch einmal. Aber ich tauche mal ganz kurz auf. Okay. Ich glaube, das war nämlich gerade nicht ganz so un... Scheiß Viech geht mir auf den Puffer. Aber ich brauche nur eine Kiste irgendwo. Kann doch nicht so schwer sein. Na. Mann, geht das Vieh mir auf Eier. Wo ist das letzte? Einen brauche ich noch. Komm. Kann doch nicht so schwer sein. Ja, 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 ja. Wir sind ja schon auf dem Weg nach oben. Ja, komm. Wo ist denn noch was? Irgendwo muss doch hier noch was sein. Da oben. Da oben. Kann noch nicht so weit weg sein. Ah, verdammt. Ich will nicht sterben. Ah, blödes Vieh. Himmel hilf. Na komm. Einmal noch. Na komm. Einmal noch. Kann noch nicht so weit weg sein. Ich glaube nicht, dass das so weit hier drin ist, oder? Na doch. Tatsache. Oder? Nee, das war nicht das. Klagemühle. Okay. Mehr durch Zufall. Das war jetzt mal nicht Sinn der Sache. Ich muss hier raus. Ich suche dieses eine Dings hier noch. Das war nicht so weit weg. angeblich ist es hier na ja komm scheißvieh ok, jetzt sind wir das Vieh erstmal los das gibt es doch nicht, wo ist denn das jetzt hier eine so ne blöde Truhe hmm ja, es ist gut, ja komm gibt es doch gar nicht was ist denn das blöde Ding ich sehe die eine letzte Truhe nicht seid ihr ehrlich, mal ganz ehrlich wegen einer Truhe jetzt hängst sie hier und kommst nicht weiter hier in der Höhle waren wir ja schon da ist nix, da haben wir die Dinger geholt hier jetzt kriegt er den Strand wieder hoch da ist nix nehmen wir doch einfach die Truhe, die hier oben auf dem Strand liegt na, das ist glaube ich eine ganz gute Idee ok, die haben wir auch schauen wir mal, was haben wir jetzt noch offen was haben wir jetzt noch offen wir haben noch offen verschollen und gerettet es gottile gottarsis zu senia ok, das machen wir nebenbei äh rezept verschollen und gerettet eine Truhe voll Drachmen ok wo ist mein Schiff wo ist mein Schiff wo ist mein Schiff glatt blot 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 Untertitelung des ZDF, 2020